Servus, ich bin Obi Daniel und ich präsentiere euch alles rund um LEGO Star Wars und heute habe ich gleich drei, eigentlich sogar vier brandneue Sets für euch mit dabei, die diese in diesem Jahr neu von LEGO Star Wars erschienen sind. Zwei davon sind Minifiguren-Packs, eins ist ein Battle-Pack und das vierte ist ein Microfighter, den ihr gewinnen könnt, dazu aber später im Video noch mehr zu dem Gewinnspiel. Jetzt aber viel Spaß mit dem Video. Insgesamt sind am 1. Januar dieses Jahres eigentlich fünf Sets erschienen, davon stelle ich euch nur vier vor. Beim fünften Set bin ich mir nämlich nicht so sicher, ob ich es mir überhaupt kaufen soll, vielleicht könnt ihr mich ja da überzeugen. Und seid mir nicht böse, aber ich werde heute nicht wirklich auf die Story eingehen von den einzelnen Sets. Da es erstens kleine Sets sind und zweitens es eigentlich auch nur Soldaten sind und keine wirklichen Charaktere, die eine Rolle in Star Wars spielen. Und es gibt auch zwei neue Arten von Sets sozusagen und zwar Minifiguren-Packs. So eine Art von Sets gibt es, soweit ich weiß, im LEGO Star Wars Genre noch nicht, aber in anderen Themenbereichen von LEGO gab es die schon mal. Jetzt viel Spaß zu den einzelnen Packs. Es ist einmal das Pack-Verteidigung von Rot mit der Seriennummer 40557 und die Kommandostation der Klonen Trooper mit der Nummer 40558. Bei den Sets handelt es sich um verkleinerte Battle-Packs mit je drei Minifiguren und einem größeren Fokus auf Realismus als auf Spielfunktionen. Das nächste Set ist das Rot-Battle-Pack mit der Nummer 75320. Ein klassisches Battle-Pack mit vier LEGO Star Wars Minifiguren. Das vierte Set ist ein Microfighter, der Razorcrest Microfighter mit der Nummer 75321. Den werde ich nicht aufbauen, den könnt ihr nämlich gewinnen. Dazu später im Video mehr, da erfahrt ihr auch, wie ihr das Set gewinnen könnt. Und dann noch zu dem fünften Set, das ich noch nicht gekauft habe, den HOT AT-ST mit der Nummer 75322. Da bin ich mir einfach noch nicht so sicher. AT-STs habe ich schon einige und ob RBS wirklich wert ist, weiß ich einfach noch nicht. Was denkt ihr dann? Hat ihn von euch schon jemand gekauft? Wer ihn kaufen will, ein Tipp bei JB Spielwaren ist ja zur Zeit im Angebot. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. So, und jetzt zu den Sets im Einzelnen. Verteidigung von HOT Das Set Verteidigung von HOT mit der Serie Nummer 40557 besteht aus 64 Teilen, bringt drei bewaffnete Minifiguren, Trebellensoldaten, zwei große Standgeschütze und einen 1.4 FDP Tower, einen stationären Abwehrlaserkanone mit. Wie schon der Name verrät, stammt das Set aus Episode 5, das Imperium schlägt zurück. Es passt auch sehr gut zu dem AT-AT aus dem Jahr 2021. Zu den Minifiguren. Alle drei Figuren tragen den gleichen Helm. Die Brille kann man entweder an dem Helm befestigen oder über die Augen ziehen. Sie haben drei unterschiedliche Köpfe. Die Hautfarbe ist bei allen drei Figuren unterschiedlich. Eine Rebellensoldatin ist weiblich. Sie hat nur ein Gesicht. Die beiden anderen haben zwei Gesichter. Der Rebellen mit der dunkelsten Hautfarbe trägt einen Bart. Zwei der Rebellen tragen die gleiche Uniform. Es handelt sich um einen sehr aufwendig bedruckten Overall mit Rangabzeichen und silbernen Bedruckungen auf der Brust. Auch die Gürtelschnalle ist silbern und am Gürtel ist auch noch eine Brusttasche aufgedruckt. Auch die Beine sind auf Höhe der Knie bedruckt. Die Rückseite ist mit einer Kapuze bedruckt. Der Gürtel setzt sich auch hier fort. Der andere Rebell trägt eine Art Steppweste. Auch hier gibt es eine silberne Bedruckung auf der herzseitigen Brust. Die Beine sind nicht bedruckt. Am Rücken setzt sich die Weste fort. Zusätzlich gibt es noch zwei Standgeschütze. Die Besonderheit ist, dass die Beine oder Ständer aus drei Blastern bestehen. Zusätzlich gibt es zu den Geschützen jeweils einen kleinen bedruckten Kasten. Ich muss aber gestehen, ich weiß nicht, was das sein soll. Hat da jemand von euch eine Ahnung? Schreibt das bitte in die Kommentare. Zuletzt gibt es noch einen der P-Turm 1.FD. Eine stationäre leichte Panzerabwehrlaserkonone, die wegen ihrer hohen Feuerkraft primär zur Fahrzeugabwehr eingesetzt wurde. Sie ist in dem Set drehbar und eine Minifigur kann dahinter platziert werden und sie drehen. Kommandostation der Clon Trooper Das Set Kommandostation der Clon Trooper mit der Set Nummer 40558 besteht aus 66 Teilen, bringt auch drei Minifiguren mit und eine Kommandozentrale. Das Set stellt eine Szene auf Geonosis dar in Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Loda wird von einem Gunship abgesetzt und ein Klonkommander wartet in der Station auf die Befehle. So ist es jedenfalls im Film. So eine Kommandostation gab es auch schon in dem Set 7676, das Gunship aus dem Jahr 2008. Zu den Minifiguren. Es gibt zwei Klonsoldaten und einen Klonkommander. Die Helme der drei Figuren sind von der Form gleich. Bei dem Kommander gibt es eine orangene Bedruckung. Die Arme des Kommanders sind im gleichen orange bedruckt. Die beiden Klonsoldaten tragen eine typische Uniform, die sich am Rücken fortsetzt. Neu sind die bedruckten Beine und Füße. Der Kommander hat neben den orangenen Armen noch vier Punkte, Rangabzeichen, herzseitig aufgedruckt. Dann gibt es noch die Kommandostation, in der ein Klontrooper an diversen Anzeigen arbeiten kann. Zusätzlich gibt es noch einen Waffenständer, an dem es auch noch eine kleine Anzeige findet. Jetzt zu dem eigentlichen Battlepack, dem Snowtrooper Battlepack. Die Snowtrooper kommt zum ersten Mal in Episode 5 vor. Sie kommen eigentlich auch in Episode 6 vor, die Rückkehr der Jedi-Rittern. Das Set besteht aus 105 Teilen. An Minifiguren werden drei Snowtrooper und ein Scouttrooper mitgeliefert. Die drei Snowtrooper haben zwar unterschiedliche Waffen, sind sonst aber gleich, bis auf die Köpfe. Die sieht man zwar eigentlich nicht, da sie ja Helme aufhaben, aber jeder der vier Figuren hat ein anderes Gesicht. Auch mit einer anderen Hautfarbe, aber nur einem Gesichtsausdruck. Fun Fact. Einer der hellen Köpfe ist der von Tom Riddle aus dem Buch Lego Harry Potter Das magische Lexikon. Die Helme sind sehr schön gestaltet und sehr filmnah. Die Augen sind auf die Helme aufgedruckt. Die Uniformen sind vorne und hinten reichlich mit silbernen Applikationen bedruckt. Auch auf den Beinen setzt sich die Bedruckung fort. Die zweite Figur ist ein Snow-Scouttrooper. In der Form, also ein Snow-Design, gab es die Minifigur noch nicht. Der Helm ist nicht anders als bei den Scouttroopern bisher. Der Oberkörper ist aber anders bedruckt als die Scouttrooper bisher. Die Bedruckung ist sehr aufwendig, besonders den Rücken finde ich sehr gelungen. Auch die Beine sind bedruckt. Die Arme sind hellgrau. In den anderen Sets waren sie schwarz. Neben den Minifiguren gibt es noch ein Speeder-Bike, ein Geschütz und etwas Landschaft als Kulisse. Das Speeder-Bike wird von dem Scouttrooper benutzt. Ähnlich ist es auch in dem UCS 8080. Nur die Farbgebung ist etwas anders. Das Geschütz ist mit einem Stud-Shooter ausgestattet, der die Geschosse jetzt etwas anders abschießt. Mir gefällt er bisher besser als die alten. Irgendwie wirkt er realer. Ja, und dann gibt es eben noch eine kleine Kulisse, die an die Schneelandschaft auf Hoth erinnern soll. Hoth AT-ST Den Hoth AT-ST habe ich mir bis jetzt noch nicht gekauft. Ich kann also auch noch nicht so viel darüber erzählen. Das Set besteht aus dem AT-ST, einem AT-ST-Piloten, Chewie, einem Hoth-Rebellen und einem Suchtruiden. Irgendwie reizt mich schon wieder ein AT-ST nicht besonders. Gefühlt gibt es jedes Jahr einen anderen AT-ST und sie werden nicht wirklich besser. Wie gefällt euch denn der Hoth AT-ST? Was meint ihr, sollte man ihn kaufen? Für alle, die ihn kaufen wollen bei JB Spielbahn, ist er bereits im Angebot für knapp 43 Euro. Einen Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Das vierte Set ist dieser kleine Microfighter von The Mandalorian. Und zwar ist da die Razorcrest drin und der Mandalorianer selbst. Das habe ich aber noch nicht geöffnet, da ich es für das Gewinnspiel in diesem Video vorbereitet habe. Und zwar könnt ihr das gewinnen, indem ihr an einem kleinen Ratespiel teilnehmt. Und in meinem letzten Short habe ich nämlich schon gesagt, dass ich gerade ein ziemlich großes Set produziere, beziehungsweise in Arbeit ist, das ich euch vorstellen möchte. Und da sollt ihr jetzt raten, welches Set das sein könnte. Ich habe dazu drei kleine Tipps für euch. Und zwar der erste Tipp ist, dass es knapp 1750 Teile hat. Dann ist es mit eines der ersten Star Wars The Clone Wars Sets gewesen. Und es gab es bisher noch nicht wieder, beziehungsweise es ist ein UCS-Set. Heißt, es wurde nicht nochmal neu produziert von Lego Star Wars. Jetzt könnt ihr in den Kommentaren raten, jeder der mitredt, nimmt am Gewinnspiel teil. Heißt, nicht nur die, die es richtig haben, sondern jeder der teilnimmt, kriegt ein Los. Und das wird dann bald verlost und im nächsten Video bekannt gegeben, wer da gewonnen hat. Also viel Erfolg euch. Und jetzt kommen wir auch gleich zum Fazit. Ich finde diese ganzen Packs sehr, sehr cool. Ich finde es jetzt ein bisschen komisch, dass jetzt Lego Star Wars eine neue Variante von Sets rausbringt mit den Minifiguren-Packs. Aber das finde ich gar nicht so schlimm, weil die Preis-Leistung ist echt gut. Und ich finde es toll für Armeen zu bauen und zum Beispiel für Mocks, wenn man da viele Figuren, die ungefähr gleich aussehen, also eine Armee bauen möchte in der Mock, sind die echt gut. Zum Beispiel man hat hier eine Landschaft dabei, man hat Geschütze dabei. Das ist echt sehr gut dazu. Und ich finde auch, die einzelnen Minifiguren sind sehr schön gestaltet, dass teilweise die Soldaten ein bisschen anders aussehen. Und ich finde es auch toll, dass sie den Scout Trooper mal in einer Schneevariante gemacht haben. Auch eine sehr gute Idee von Lego Star Wars. Ich finde es ein bisschen komisch, warum jetzt jeder ein anderes Gesicht haben muss. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber sollen sie ruhig so machen. Und das war es mit meinem Video. Lasst gerne in den Kommentaren da, was ihr davon haltet von den neuen Sets. Und sagt mir, ob ich vielleicht noch das fünfte neue Set, den ATS-Team, mir kaufen soll. Schreibt mir das gerne in die Kommentare und vergesst natürlich nicht beim Gewinnspiel mitzumachen. Ihr wisst, wie es funktioniert. Möge die Macht mit euch sein. Euer Obi Daniel. Möge die Macht mit euch sein.